Was ist die Münchner Premium Immobilie? Zwei Bäder, ein Balkon nach Osten, eine Terrasse nach Süden, 200 Quadratmeter Fläche gesamt. Mein Name ist Thomas Gantner vom Lümex Immobilienforum in München-Schwabing. Ich freue mich, Ihnen heute diese spektakuläre Wohnung zu präsentieren. Herzlich Willkommen! Untertitelung des ZDF, 2020 Design und Funktionalität sind in dieser Küche perfekt vereint. Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Eine großzügige Regendusche und elegante Schieferfliesen. Die Ausstattung des ZDF, 2020 Besonderheiten dieser Wohnung ist einmal die erhabene Ruhe und der unglaubliche Blick über die posierende Stadt und die Nähe zum grünen Olympiapark sowie zum zentralen und geliebten Stadtteil München-Schwabing. Die ganze Wohnung hat einen hochwertigen Dealbrunnen aus Eiche. Zusammen mit den vielen weiteren Holzelementen, wie zum Beispiel in der Küche, wirkt das sehr gemütlich und warm. Die Ausstattung des ZDF, 2020 Die Ausstattung des ZDF, 2020